Eigentlich würde jetzt hier wie jeden Mittwoch eine Reportage laufen. Aber heute ist eine Ausnahme. Denn wir haben eine klitzekleine Ankündigung zu machen. Wir machen nämlich Pause. Ja, richtig gehört, wir machen Pause. Aber das ist kein Urlaub. Nein, wir nehmen uns nämlich Zeit, um unseren YouTube- und Instagram-Kanal so ein bisschen zu renovieren. Wir haben nämlich vor ein paar Monaten eine große Community-Umfrage gemacht, weil wir von euch wissen wollten, was euch an PULS Reportage richtig gut gefällt. Ja, und was euch nicht so gefällt und was wir aus eurer Sicht besser machen können. Damals haben über 16.000 Leute mitgemacht. Das ist mega und vielen Dank nochmal. Aber ihr schickt uns natürlich auch sonst immer Nachrichten, kommentiert mit, was euch an uns gefällt, welche Themen ihr sehen wollt und was ihr vielleicht nicht so mögt. All das freut uns wirklich total und das nehmen wir uns natürlich auch zu Herzen. Und deshalb wollen wir für euch PULS Reportage general überholen. Aber das ist gar nicht so leicht, wenn wir nebenbei in unserem Arbeitsalltag sind und unsere PULS Reportage drehen. Deswegen nehmen wir uns eine kleine Auszeit. Am 23.06. sind wir mit voller Power zurück. Seid bis dahin bitte nicht traurig. Und bis dahin könnt ihr die gesamte Nachhaltigkeits-Playlist durchbingen. Ja, oder ihr macht einfach mal schön Digital Detox. Das habe ich nämlich auch schon probiert. Tschüss. Tschüss. Au revoir. Tschüss, Leute. Bis bald. Ich pack deinen Abschied. Tschüss.